Kriegt der US, der US sage ich schon, der Aktienmarkt generell, natürlich auch der US-Aktienmarkt, kriegt er eine Chance aktuell oder wird das Ganze ein schwieriges Unterfangen? Ein bisschen, fangen wir mal mit dem DAX an, deshalb gar nichts US, erstmal mit dem DAX angefangen hier, ein bisschen positiv, sieht es ja zumindest mal aus, dass der Markt sich ein wenig nach oben jetzt wieder abgesetzt hat, aber wir sehen schon, wenn es wirklich ein bullischer Markt aktuell ist, also wenn das die Richtung sein sollte, die wir eingehen, ist das zumindest mal mit diesen Kursüberschneidungen, ihr seht, das ist viel tiefer als das, schon wieder latent doof. Deshalb die Frage, wird das irgendwas Wackeliges nach oben, dann wäre es korrektiv. Wenn es aber korrektiv wäre, dann ist die Gefahr, dass wenn wir die Unterseite, also eines der letzten Tiefs, also das ist jetzt noch eins in der Zukunft, wenn das durchstoßen wird, dass sich das nach unten fortseitzt, jetzt die Gefahr, die wäre dafür sehr, sehr groß. Das gilt übrigens auch für einen reinen Dreiweller, das heißt, zwar nicht die schönste Symmetrie, die wir hier haben, aber zumindest mal das Tief, was wir hier haben, ungefähr 15.000, was ist es hier, Paaren 70, wenn wir das hier vom 7. Februar um 12 Uhr, wenn wir das nach unten durchstoßen, super glücklich wäre ich aus bullischer Sicht dann im Moment erstmal nicht, sondern eher in der Fortsetzung, in der Fortsetzungsüberlegung, lassen wir es mal so offen hier, dass der Kurs sich dann nochmal ein bisschen nach unten absetzt. Also nicht die allerbesten Voraussetzungen aktuell für die Long-Seite. Der amerikanische Markt ist, was das angeht, noch vielleicht ein bisschen neutrale, da hat sich gar nicht so viel Neues ergeben, jetzt hier im 4-Stunden-Chart sehen wir das, diese Überschneidung ja sehr hauchdünn beim Dow Jones, aber wir sehen von diesem Tief, wo man sagen könnte, komm, 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 mach nochmal eine schöne Situation, das ist draus geworden. Wenn wir uns das mal unter der Lupe angucken, das ist jetzt die Aufwärtsbewegung, die uns andeuten soll, dass der Markt richtig Lust hat. Ich würde noch nicht sagen, dass alles verloren ist, weil wir zumindest mal hier diesen einen Arm hier nach oben haben und das wäre durchaus noch machbar, dass sich daraus was erwachsen ist. Einige werden auch sagen, Mensch, ist das nicht so eine Wimpel-Formation? Elliott-Wellen-Freunde werden vielleicht sagen, ist das nicht ein Contracting Triangle? Hm, das ist wohl richtig. Contracting Triangle, wenn das hier quasi sozusagen ganz grob jetzt gesehen das Contracting Triangle ist, würden aber dafür sprechen, dass mehr als eine B-Welle, äh, C-Welle, Entschuldigung, hier nicht mehr passiert, denn Contracting Triangle sind typischerweise die letzte Korrektur vor der letzten Fortsetzung. Wenn das also der Startschuss ist, das hier, das Dreieck, ja, dann geht es nochmal einmal hoch, ja gut, dann kommen wir bis dahin, das hilft uns aber nicht wirklich weiter und dann, ja, dann ist es aufwärts rum und dann geht es erstmal wieder abwärts. Sehr nicht so gut aus. Die andere Alternative, das ist natürlich gar nicht so aufgefasst, es ist doch stark runter, hier ist doch das Dreieck, ja, dann müsste es weiter runtergehen. Ah, siehste, gute Nachricht, weil eigentlich dann diese Korrektur ja nur nochmal so weit runter geht, das heißt, eigentlich doch eine gute Nachricht. Ja, aber das Blöde ist, dass dieses Tief dann so tief ist, dass es auf jeden Fall in die Überlappung kommt. Also aus meiner Sicht ist der Markt aktuell gefangen in einer Art Falle, die eher, ich sage das so zurückhaltend, aber die eher nach unten weist, also die nochmal Chancen für einen Zwischenanstieg hat, so ist es nicht. Aber so den richtigen Durchbruch nach oben, ich weiß es nicht, ich habe da so meine ernsthaften Bedenken. Also insgesamt muss ich sagen, ich bin noch nicht der Bulle vor dem Herrn, aktuell übergeordnet, kein Thema, da kann man ja durchaus bullisch sein, nämlich auch selbst nach so einem Rücksetzer, dass es danach noch weiterläuft. Das werden wir dann sehen, das halte ich immer noch für absolut möglich, da bin ich gar nicht so negativ drauf. Ich fände es auch noch okay, wenn der Markt irgendwie sowas hier macht, in irgendeiner Form, also so ein bisschen weiter nach oben geht. Aber dass es von diesem Tiefe ausgehend jetzt direkt massiv nach oben geht, ich würde mal sagen, ist nicht die beste der Optionen. Es ist natürlich eine Möglichkeit, die wir nie ganz ausschließen können, aber mein wahren Hinweis dazu geht nicht davon aus, dass es das beliebteste Bild ist. Das durchaus auch deshalb, weil der Nasdaq hier ja ebenfalls diese Schwäche noch deutlicher sogar klar macht, nämlich mit dieser Kurzüberschneidung. Das ist sehr übersichtlich gut und jetzt gehen wir mal hier in den 5-Minuten-Chart rein, raus aus dem 10-Tick-Chart. So richtig der Burner ist das noch nicht. Jetzt kann man sagen, ah, das ist doch hier aber wackelig nach unten. Ja, das ist es, das spricht eher für die Longseite. Allerdings der vordere Teil hier, der ist sowas von dreiwellig, dass ich sagen würde, okay, vorne dreiwellig, hinten dreiwellig. Von mir aus kommt er da auch. Also ihr merkt das, ich habe jetzt bei mehreren Szenarien schon angedeutet, so ein bisschen hoch schon, also nicht der da, wenn wir jetzt ein bisschen hoch schon, aber dass es noch nicht der richtige Durchbruch ist im Sinne von, jetzt starten wir durch bis 17.000 und aufwärts. Das sehe ich hier aktuell noch nicht. Also das Ganze ein bisschen verhalten, muss ich ganz ehrlich sagen, was diese Titel hier angeht, noch nicht so richtig überzeugend. Lassen wir uns mal überraschen, was da passiert. Im aktuellen Tagesgeschehen muss ich sagen, dass wir auch im kurzen Fünf-Minuten-Chart jetzt hier doch sehr, sehr wackelig hier im Nasdaq nach unten gekommen sind. Also eher nicht die richtige Trendrichtung, wenn ich das so sehe. Ich würde mich jetzt sehr freuen. Das wäre etwas, worauf ich jetzt sehr achte oder achten würde oder mein Augenmaß oder mein Auge empfehlen würde, so muss ich sagen, draufzuwerfen, mal irgendwo eine starke Bewegung, die dann abgelöst wird von einer möglichst schwachen. Ja, wir hatten das hier so zum Teil, da kann man sich hier drüber streiten, hier wird eine starke, hier. Vielleicht ist es schwierig, dann in der Situation reinzukommen, dann mache ich halt keinen Trade. Dann verpasse ich da vielleicht mal ein paar Punkte an Bewegung oder ein paar viele Punkte an Bewegung. Aber ich liege da nicht dauernd falsch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist so ein typisches Verlaufsmuster, wenn es korrektiv in beide Richtungen geht, wo man idealerweise auf beiden Seiten Geld verdient, egal ob man, äh, nein, ja, das wäre jetzt schön, idealerweise auf beiden Seiten Geld verliert, weil der Markt keine klare Runde gibt und dementsprechend einen auf beiden Seiten sogar noch rausholt. Da bin ich dann eher etwas zurückhaltend. Also, ihr seht das, dass die Indizes mich nicht so richtig befriedigen aktuell. Deshalb vielleicht noch mal ein ganz kurzer Blick, einfach nur mal, ich habe noch gar nicht geguckt jetzt hier, wie es aussieht, zum Beispiel beim Energiemarkt. Wir sehen das hier, das ist WTI sozusagen und der Markt kommt jetzt zumindest mal ein bisschen beschleunigt runter. Das muss noch nichts heißen. Aber die letzte stärkeren Bewegungen, die sind einfach auf der Abwärtsseite hier und dann immer wieder so wackelig nach oben, auch hier jetzt wackelig nach oben. Also, ich sage mal so, da würde ich vorzüglich die Short-Seite lieber handeln, weil sie einfach mehr Wumms mitbringt. Man kann deshalb auch falsch liegen, nicht falsch verstehen, dass man immer genau weiß, was als nächstes passiert. Aber man liegt auf der schnelleren Seite. Das heißt, man hat, wenn es richtig läuft, schnell einen gewissen Gewinn. Wenn es da nicht gut läuft, hat man einen relativ übersichtlichen Verlust, denn man hat ja da die Gegenseite durch diese Korrektur immer wieder. Also, ganz kurz noch mal, schnelle Bewegung, langsame Bewegung, schnelle Bewegung, langsame Bewegung. Also, immer wenn ihr diesen Mechanismus seht, hier vorne auch, schnelle Bewegung, langsame Bewegung, dann ist hinten noch mal so eine Fortsetzung. Das gibt einem nicht unbedingt den Beweis, aus diesem Muster kann ich erkennen, dass der ganz tief fällt. Aber ihr habt zumindest mal vorläufig die Richtungsentscheidung damit unterstützt. Also, solange das ist. Das heißt, das hier bleibt vorläufig ein Abwärtsmarkt so lange, bis wir eine starke Aufwärtsbewegung und wackelige Abwärts, und ich weiß, dass viele sagen, ja, ja, es geht so lange runter, bis es in die Gegenrichtung geht. Das ist nicht die Aussage. Die Aussage ist, wann muss ich denn meine Position schließen? Denn als Händler bin ich an der Analyse nicht so sehr interessiert, sondern eher in dem, wie ich es dann umsetze. Und nehmen wir mal an, ich eröffne hier in so einem Fall, letzte hoch, vorletzte hoch, das tief dazwischen, die Short-Position. Solange die Gegenbewegung eben nicht steil ist, sondern die Gegenbewegung wackelig sind, also wenn es fällt, ist ja sowieso gut, darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber wenn es in die falsche Richtung läuft und diese Bewegung ist dann dreiwellig, A, B, C, oder sie ist mehrfach wackelnd, so lange kann ich sagen, alles noch safe. Erstmal alles in Ordnung. Erst wenn diese Bewegung dann Schub in diese Richtung macht und wackelig runter, also genau das Umgekehrte, was wir hier haben, Schub in die Richtung, wackelig nach oben. Wenn das umgekehrt passiert, also hier ging es nach unten, wäre natürlich das zu erwarten und spätestens dann weiß ich, an der Stelle nicht nur die Short-Position schließen, sondern idealerweise sogar überlegen, ob man nicht eine Long-Position reinnimmt. So, ich will es aber nicht zu theoretisch jetzt hier machen. Ich hoffe, dass euch das so ein bisschen, lasst euch das eine Leere sein, nein, dass euch das ein bisschen eine Inspiration gibt, wie ihr auf die Märkte heute gucken könnt und müsst. Also aus meiner Sicht die Indizes aktuell nicht so super attraktiv, aber wichtig, dass man das erstmal feststellt und deshalb haben wir ja gemeinsam drauf geguckt. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und viel Erfolg bei euren eigenen Handelsentscheidungen.